Hallo zusammen, so nun folgt Teil 3 meiner kleinen Präsentation, Demonstration, Automatiksteuerung mit Rockrail. Es geht heute um den Innenkreis. In der letzten Zeit, seit dem letzten Video, habe ich also im Innenkreis Rückmelder gebastelt, mit Fahrstraßen eingerichtet, den Betrieb getestet und Schwachstellen beseitigt. Es gibt noch einige in der Anlage, aber das wird man nachher auch sehen. Manchmal bleiben die Züge dort hängen, aber ich bin da permanent dran, diese weiter zu verbessern. Also, was kann ich euch heute zeigen? Ich verlasse mal Rockrail und gehe mal, wie beim letzten Video, auch die Fahrstraßen theoretisch ab und sage einiges dazu. So, die ersten beiden Fahrstraßen befinden sich hier im Bahnhofsgleis. Dort sieht man die beiden Züge. Diese beiden Blöcke hier sind also der Ausgangspunkt für diese beiden Züge. Die beiden Hauptdarsteller schon mal für die nachfolgende Show. Die beiden Züge verlassen den Bahnhof durch das Tunnel in den Berg, durch den Berg durch und kommen hier hinten auf den inneren Block an. Und wie man sieht, habe ich auch schon alle Blöcke, nahezu alle Blöcke mit Signalen bestückt am jeweiligen Ende. Das ist sehr schön anzusehen. Und, ja, man wird nachher sehen, dass das eine oder andere sich gar nicht ganz so funktioniert. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Von diesem Block hier hinten geht es in die Kurve, also auch wieder der innere Teil hier. Dort befindet sich der nächste Block, genauer gesagt die nächsten zwei Blöcke. Da sage ich dann gleich noch mal was dazu, wenn ich die Runde sozusagen beendet habe, warum da zwei Blöcke sind. Dann kommt hier sozusagen eine Schallstelle, eine, ja, wichtige zentrale Stelle. Das ist einmal hier die Kreuzung und zum anderen die Dreiwechsweiche. Also erstmal die normale, einfache Fahrstraße geht also hier den mittleren Kreis weiter und wie schon bekannt einen Bogen zu dem Block hier vorne. So, und von dort aus geht es normalerweise dieses Gleis entlang, dann wieder zum Bahnhof, Gleis 1 oder 2. Eine Alternative ist hier, und jetzt wird es interessant, an der Kreuzung abzweigend in dieses quer verlegte Gleis, in diesen Block. Und von dort wird die Lok dann wieder hier über die Dreiwechsweiche, über die Kreuzung, wieder in diesen Bogen in der Gegenrichtung gefahren. Deshalb sind hier auch zwei Blöcke eingerichtet. Das Problem war, da kommt man jetzt gleich, sieht man das jetzt gleich über die Kreuzung, dann hier über die Schranke und wieder zurück zum Bahnhof. Also diese Wendeschleife hat am Anfang ein bisschen Probleme gemacht, wenn also der Zug dann von hier wieder in diesen Block gefahren ist, dann hat er bei Belegung der nächsten Blöcke in dieser Fahrtrichtung einfach wieder zurückgewollt zu dem Block. Das wollte ich natürlich verhindern. Das habe ich dadurch verhindert, dass ich bei Ankunft hier also wie gesagt zwei Blöcke habe und die Fahrstraße von dort kommen geht also zu diesem Block und kreuzt diesen Block. So, dass es von hier nach hier nach hier zurück gar keine Fahrstraße mehr gibt, sondern immer nur von hier nach hier. Und hier kann nicht zurückgefahren werden, weil dort ja dann ein Block dazwischen liegt. Das war so eine Lösung, an der es ziemlich lange getüftelt hat, funktioniert aber bestens. So, kommen wir nochmal einmal zurück. Hier haben wir also eine Schranke, die Pfeilerschranke. Diese Pfeilerschranke ist gesteuert über Aktionen, über den entsprechenden Block. Das heißt, wenn der Block frei ist, frei wird, dann öffnet sich die Schranke und wenn der Block reserviert wird, dann schließt die Schranke. Dann wird man nachher sehen, es gibt noch das eine oder andere Problem, weil es kann schon mal passieren, dass der nächste Zug frei gibt und der vorhergehende Zug freigegeben hat den Block und der nächste schon unterwegs ist, sodass im Öffnen sozusagen schon wieder der Schließbefehl kommt. Hier müsste ich quasi einen Rückmelder haben für die Schranke, um genau zu sehen, in welcher Position sind sie denn jetzt gerade. Aber da bin ich noch am Tüfteln und vielleicht finde ich da auch nochmal eine intelligente Lösung. Ja, ein Thema ist noch die Weichendecoder. In den letzten Wochen habe ich also festgestellt beim Testbetrieb, gerade hier hinten in diesem Bereich, an der kritischen Stelle, dass sehr oft die Weichen nicht schalten. Und dadurch gab es Krechs und Großes. Und das war im Schattenbahnhof auch schon der Fall und da hatte ich dann also auch festgestellt, dass das an dem Selbstbauweichendecoder achtfach liegt. Die verschlucken teilweise im Lastbetrieb die Befehle und schalten dadurch die Weichen nicht. Ich habe sie jetzt ersetzt an den kritischen Stellen durch ISO-Switch-Pilot-Decoder. Die funktionieren einwandfrei. Das war wie gesagt unten im Schattenbahnhof auch schon so. Es ist noch eine Stelle, wo ich noch keinen, eine wichtige Stelle, wo ich noch keinen habe. Also da werde ich dann auch noch ersetzen. Die Weichendecoder, die alten, konnte ich schön gebrauchen für die Signale. Aber auch da wird man dann sehen, dass sie nicht immer schalten, was teilweise aber auch an den Signalen hängt, dass sie doch recht alt sind, gebraucht sind. Teilweise aber auch an den Weichendecodern, die also die Signale nicht sauber schalten. So, dann kommen wir noch zwei Darsteller, die jetzt dann gleich mitspielen will. Das ist einmal hier die BA 89 in der Abstellgleis. Da wird man nachher sehen, wie die Züge den Abstellgleis verlassen, eine Runde fahren und wieder dort zurückkehren und sich abstellen. Das gleiche gilt also hier für den nächsten Darsteller. Das ist der Opelzug. Der Opelzug wird also dieses Gleis hier befahren und sich dort abstellen und auch wieder sich einmischen. Da hinten die V60, die kann leider im Moment nicht mitspielen. Sie hat ein bisschen ein Problem. Da muss ich nochmal eine komplette Wartung machen, beziehungsweise machen lassen. Sie hat also Probleme anzufahren. Also auch die wird später dann nochmal den Innenkreis bevölkern. Das wird dann sicherlich ein bisschen viel, sodass ich da steuern muss, irgendwie auch über eine Aktion, welche von diesen drei Güterzügen im Innenkreis jetzt losfahren darf und welche stattdessen muss. Aber auch das wird nochmal eine ganz interessante Sache. Und bei der V60, die ja eine Telix-Kopplung hat, kann man dann natürlich schön über Aktionen auch mal die Wagen abkoppeln und wieder ankoppeln. Das wird auch nochmal ein schöner Spaß, das hinzukriegen. Ja, der Schienenbus wird jetzt nur immer einen Kreis fahren. Er wird also nicht abzweigen, weil er hat aufgrund seines alten Fahrwerkes unten doch ein paar Mal Probleme und bleibt an Weichen hängen. Und ja, das stört auch den Betrieb, sodass sich im Moment nur ein, der einfach nur kreisen wird. Ja, gut. Und nachher bei der Demonstration werden dann aus dem Schattenbahnhof unten noch, das ist ja im letzten Video, habe ich das gezeigt, dann auch noch drei Züge mitmischen. Der BR24 als Personenzug, die ist deshalb auch interessant, weil sie das Gleis, in dem sich jetzt gerade hier der Schienenbus befindet, auch befahren wird aus der Gegenrichtung. Und dadurch ergeben sich dann auch schöne Situationen mit Warten vor dem Bahnhof und entsprechenden Austausch und Start der anderen Loks. Ja, und dann spielt also auch noch eine neue Lok mit, eine neue Wagen, eine V100, der sogenannte grüne Klaus mit ein paar Wagen. Der hat auch einen Soundecoder. Dieser Soundecoder macht auch mal ab und zu Probleme, gerade wenn es mal einen kurzen Kurzschluss geben wird, dann setzt er aus. Also auch nicht 100 Prozent, wie er funktioniert, aber ist ganz schön und man kann ihn da auch beobachten und auch hören nachher während der Vorführung. Wollte ich noch was sagen? Ja, und letztendlich spielt dann auch noch der bekannte Güterzug mit der 290 mit. Die 218 ist ja weiterhin noch in Reparatur. Die ist eingeschickt worden vom Händler zum Märklin. Und da ist ja das Problem, dass dieser Zug die 218 nicht immer sauber anhält, was auch in verschiedenen Posts in Rockrail auch schon dargestellt wurde von anderen. Und aber auch von mir schon verfolgt man die, ist also noch nicht zurück. Und dann werden wir sehen, wenn die dann auch noch mitspielt. Es gäbe noch theoretisch die Möglichkeit, den Schienen Zeppelin unten mitspielen zu lassen. Aber den lassen wir auch mal außen vor, weil der ist relativ schnell unterwegs und blockiert dadurch sehr schnell, leise. Von daher muss man mal schauen, wie das nachher funktioniert. Ja, vielleicht werden natürlich einige sagen, wenn wir das nachher sehen, das ist alles sehr, sehr viel, fast schon zu viel, was dort unterwegs ist und hat mit der Realität kaum was zu tun. Da ist es natürlich vollkommen richtig, wenn das mal gewendet wird. Aber mir hat das tierisch Spaß gemacht, das alles in Rockrail einzurichten und zu fahren nachher damit. Das macht so viel Spaß, da ist dieses zu viel. Sicherlich, klar ist es nicht realitätsnah, aber das macht so viel Spaß. Da kann ich gut mit leben. So, dann noch eine kurze Theorie. Ich hatte ja in einem anderen Post mal etwas zum Pendelzug, zu den Wendemanövern gesagt. Ich habe da schon mal begonnen, eine Teststrecke einzurichten für den Pendelzug. Da bin ich aber leider noch nicht so weit gekommen, weil wie gesagt, jetzt erst der Einbau der neuen Weichendecoder vorrangig war und das Testen des Betriebes, sodass das erst mal zurückgestellt wurde. Gut, dann starten wir mal auf meinen schlauen Zettel gucken, ob ich jetzt schon alles gesagt habe. Ja, ich denke, das war's. Wir können das jetzt mal die Theorie beenden und im nächsten Video gibt es dann die Praxis dazu. Also, viel Spaß beim Anschauen des nächsten Videos und tschüss.